Fenster Minimieren mit Arrow Shake In Windows 7 lassen sich inaktive Fenster nun auch abschütteln. Arrow Shake heißt diese neue Funktion. Öffnen Sie mehrere Fenster. Hält man die linke Maustaste auf der Titelleiste eines Fensters gedrückt und schüttelt die Maus bzw. das Fenster hin und her, werden alle inaktiven Fenster minimiert. Durch erneutes Schütteln werden sie wieder angezeigt. So kann man bequem den Überblick bewahren.